Hallo, ich bin Roland und ich bin Finanzcoach. Das hört sich vielleicht komisch an, aber ich bin seit 20 Jahren in der Fitnessbranche, habe seit 13 Jahren ein gut laufendes Fitnessstudio und habe es mir zur Aufgabe gemacht, weil es auch meine Passion ist, Menschen nicht nur körperlich, sondern auch finanziell fit zu machen. Bei Unternehmen sagt man, der Gewinn liegt im Einkauf. Bei privaten Haushalten liegt der Gewinn in der richtigen Konsumstrategie. Das heißt zum Beispiel, dass man den Konsum von allen anderen Ausgaben trennt, und zwar sowohl Konten als auch kopfmäßig. Schon nach relativ kurzer Zeit wirst du merken, dass du bessere Urlaube machst, dass du größere Rücklagen hast, dass du mehr Vermögen aufbaust und dass du eine bessere Altersvorsorge hast, dass du also insgesamt viel entspannter in deine finanzielle Zukunft blicken kannst. Das klingt komisch, das ist es vielleicht, aber das ist so ein Video vielleicht auch. Wir gucken uns deine Verträge an und das, was gut für dich ist, bleibt drin und das, was vielleicht nicht so gut für dich ist, fliegt raus. Wenn du Lust hast, deine Finanzen neu zu strukturieren, besser zu strukturieren, dann melde dich doch einfach mal bei mir. Meine Kontaktdaten findest du am Ende dieses Videos oder auf meiner Homepage. Vielen Dank und alles Gute.